In einer sehr glücklichen Ehe müssen beide zufrieden sein und das war die Liebe meines Lebens. Und er war nicht glücklich. Was nützt mir meine Arbeit? Ich war sehr zufrieden, ich liebte meinen Beruf. Ich wollte Doktorarbeit schreiben, zuerst an der Uni. Ich habe zwei Jahre lang an der schlesischen Universität unterrichtet. Ich war Assistentin und da habe ich festgestellt, dass eigentlich mein Schwerpunkt in der Pädagogik liegt und ich viel lieber unterrichte als Forscher. Dazu kam mein Sohn, der immer kränklicher wurde als Kind und dann habe ich gewechselt. Da habe ich meine Doktorarbeit aufgegeben, eigentlich bzw. die Pläne Doktorarbeit zu schreiben. Die war erst mal am Anfang und bin in die Mittelschule gegangen. Im Gymnasium habe ich unterrichtet und da habe ich eigentlich das gefunden, was ich suchte. Die Arbeit mit der Jugend und ich war sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Aber zu Hause habe ich einen frustrierten Mann gefunden, der immer wieder nur von der Ausreise gesprochen hat und ein Bild von Deutschland hatte, wo alles uns gelingt und er als Diplom-Bergbauingenieur viel Geld verdient. Und ich mit meiner Zweisprachigkeit bestimmt auch einen Weg finde, wo er von nichts anderes gesprochen hat. Und dann habe ich irgendwann auch Ja gesagt, weil ich mir einfach ein glücklicheres Leben erhofft habe.